ja hallo Youtube zu einem Modern Komet 3 Gameplay auf der Map Lagerhof die hier zu ihm kommt ja die ist heute rausgekommen ja Map ist von Modern Komet 2 Depot mein Gott ja aber verändert wurde sie natürlich total verändert die viel mehr Räume und alles die 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 sind da hinten die 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 sie und Nein. Oh, ein Karl-Mutter. Geht der Mann. Und dann geht es weiter. kundin Ich möchte es nicht so gut sein. Ich möchte es nicht so gut sein. Okay. Ich bin ein Füß, mein Füß. Abonnieren für mehr Gameplays und andere Sachen. Ja, und zum nächsten Mal.